Musik Im Markus-Evangelium hören wir von Jesus. Für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch geschehen. Musik Lasst uns beten. Gott, wir wissen beide, dass das so nicht funktioniert. Vielleicht habe ich das mit dem Bitten auch nicht richtig verstanden. Hilf mir darauf zu vertrauen, dass du meine Gebete erhörst, wie auch immer das am Ende aussieht. Amen. Musik 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 Musik